Ich habe zehn Jahre als Studentenseelsorger in Graz gearbeitet. Seit drei Jahren bin ich Flüchtlingsseelsorger in Wien, aber weiterhin engagiert in der KHG Wien und zwar im Pfeilheim, wo ich regelmäßig eine heilige Messe feiere. Dabei unterstützen mich besonders die Fokus-Missionare Sarah und Franja, Kevin und Clemens. Als Flüchtlingsseelsorger habe ich das Projekt LOQG begonnen. LOQG setzt sich zusammen aus Local und Refugee. Es geht um Begegnungen. In drei Wohnungen habe ich 15 Menschen aufgenommen und ich versuche Begegnungsräume zu schaffen, damit sie Freundschaft schließen können. Unter denen, die in meinem Haus wohnen, gibt es auch drei, die einen negativen Asylbescheid haben. Sie bekommen im Monat 350 Euro für ihren gesamten Lebensunterhalt und dürfen nicht arbeiten. Für sie bettel ich und fundraise ich Geld, damit ihr Leben ein bisschen leichter wird. Ich leite es an sie unmittelbar weiter und bedanke mich in deren und in unserem Namen für jede Spende.